hallo liebe minecraft freunde von nah und fern und willkommen in einer weiteren folge let's play minecraft hier auf dem eldercraft server ja wir sind hier immer noch in unserer stillgelegten mine wie schon die letzten zwei folgen und logischerweise ist dann auch der gute kumpel dave mit dabei der dahinten sich hochgesteckt hat ihr seht ihn da springt er gerade vom türmchen runter und hat hier erst mal ordentlich noch mal das gold abgefahren da ist er hallo dave hallo der ist hier richtig aktiv hier leute der wuselt hier rum und folgt sich da alles wie ein maulwurf aus den wänden raus gold eisen kohle redstone lapis und ich habe hier zwischen der beine eine spinne zum glück habe ich keine spinnen zwischen den beinen ja und da brennen sie auch schon aber dave reitet auf einer spinne auch nicht schlecht hast du da oben habe ich auch noch gänge gesehen ich weiß nicht ob wir da waren wo ich mich hochgesteckt habe da waren wir noch nicht da werden wir aber garantiert hingehen jetzt übrigens noch gold dave war noch gleich ganz viel ja gleich mitnehmen das ist richtig da oben geht es weiter da müssen wir natürlich noch hin wir sind jetzt hier und zwar im mittelpunkt sind wir übrigens von der mine woher weiß denn das also ich orientiere mich meistens immer wie die spawner angeordnet sind die werden nicht rein zufällig generiert sondern die verfolgen schon so einer gewissen na ich sage jetzt mal algorithmus wie die generiert werden und daran orientiere ich mich immer zum beispiel ist es sehr wahrscheinlich dass da wo dieser gang ist da wo so viel erde ist daneben ja wo immer meistens ein spawner ist meistens ein zombies spawner das meistens so das mit dem spinnen spawner aus der letzten folge wo wir waren das ist für mich so ein bisschen selten also das habe ich jetzt noch nicht gehabt aber so mit diesen höhlenspinnen da ist es kein wunder dass immer so zwei drei stück nebeneinander sind und das ist meistens immer zentriert also denn wir haben aber wir haben auch eine interessante mine oder ja drunter bis zum bedrock hat das so auch noch nicht das hatte ich noch nicht gehabt das stimmt also die ist ziemlich interessant und gleich wie gesagt wiederhole mich ja zum 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 paar mal schon gesagt jetzt in den letzten folgen dass ich das cool finde dass wenn wir unterwegs sind und auch sofort gleich was finden also ist natürlich richtig geil kann man eigentlich auch hier festungen finden oder nicht ja festungen kann man auch finden weil habe ich das habe ich noch nie gehabt hier ich hatte in der letzten folge oder hast du das eine letzte nicht richtig bis zu ende geguckt weil da waren bei einer festung drin ok da habe ich mir auch dann die steine mitgenommen ist sogar ein portal ist aber dass sie deaktiviert das hier auch das ist das skelett mit verzauberten bogen ja da habe ich auch vorhin gesagt das war der den ich glaube ich nicht geklärt habe das war es gewesen das skelett weil ich bin ja kein monsterjäger ja ich bin doch nur ein haa bloßer baumfäller holzfäller aber bist hier in der mine aber bin der mine und mach ja doch wirklich richtig gute richtig gute figur hier glaube ich so jetzt müssen wir mal gucken wo du gesagt hast aber das sagst du nur weil du gottmut hast du hast mich aufwischt ich hab noch ein bisschen eisen mitgenommen was hier war sehr gut jetzt müssen wir mal gucken wo es jetzt weiter geht was ist da unten hier ist auch noch mal eisen ja nimm mit mach ich so hier ist kohle jede menge und ich werde jetzt mal hier den weg freimachen wo bist denn jetzt den gang runter wo wir noch nicht fahren genau da wo du bist wo die kohle ist ach ich nehme die kohle damit genau und die müssen wir uns ja holen und ich mach mal hier das wasser zu ja wasser ist immer schlecht naja ich mach das einfach mal zu weil ich hasse ja mal diesen kies den man hier so viel hat ja kies ist auch immer ein bisschen blöd da wo es rieselt da sieht man es ja so schienen sind hier nicht hier ist nichts weiter also auch wieder eine sackgasse würde ich sagen ist eine sackgasse geht es auch nirgendwo nach oben hier ist ein bisschen eisen noch das können wir mitnehmen ah ich habe mich hier durchgegraben zum nächsten gang sehr schön ist das der spawner den wir hier schon hatten wenn die spinnweben weg sind ja ne da sind viele spinnweben so hier müssen wir jetzt erstmal ausleuchten ich bin rechts runter übrigens aber da gibt es keine kisten war ne an denen ist selten das ist selten achso dafür hat man dann diese lohrung wahrscheinlich mit den kisten drin ja ok hier sind wir in der mitte jetzt müssen wir aufpassen da kommen wir her wo geht es hier hin da waren wir schon da waren wir schon so ich komme jetzt war eigentlich unten noch in der sackgasse noch irgendwelche ärzte gewesen oder kann ich jetzt hier hochkommen also ich weiß jetzt gerade nicht wo du bist in welcher sackgasse da wo ich da wo die kohle auch war ähm kann sein ok dann lauf ich nochmal durch ich würde es machen also das so also hier ist auf jeden fall die linke seite ist abgesaved ausgeleuchtet da ist jetzt nichts mehr bei marco marco sieht ja gern mal so ein paar ärzte das kann durchaus sein deswegen da ist besser wenn man dann doch mit einem besseren auge da nochmal hingeht und dann lieber nachguckt links unten wie gesagt ist nichts da war ich jetzt gerade komplett ausgeleuchtet oder da wo das Wasser war genau hier ist noch ein bisschen Eisen das nehme ich nochmal eben mit na ich bin hier ich habe hier gerade oben Eisen alles klar perfekt beim Eingang oh und eine Spinne fällt mir auf den Kopf na das ist ganz besonders gut ja habe ich ja neulich in der Zeitung gelesen dass wir in Berlin speziell auch Probleme haben werden mit diesen sogenannten Winkelspinnen diese Hauswinkelspinnen glaube ich so nennen sich die das sind so diese Teile die so tatsächlich so eine Beinlänge oder wie auch immer man nennt mag bei einer Spinne bis zu 10 cm und die mögen natürlich diesen feuchten warm feuchten nassen Sommer und deswegen verbreiten die sich so also natürlich eher so ich denke mal den Randbezogen aber ist natürlich eklig auch ein bisschen ich mag die nicht aber ich glaube wo bist du gerade Marco weil hier ist ein Gang wo auch ein ein Creeper wie er ist ich bin genau den gleichen Gang der wo wir dort zuletzt waren mit der Kohle nur auf der Auer auf der anderen Seite aber sie ist gerade ein Creeper explodiert auf der anderen Seite ja oben also Entschuldigung oben eine Etage höher achso da wo du gesagt hast Mensch da ist es ja noch ähm da ist es ja ich bin hier unten noch weil hier unten ist auch noch alles wunderbar weil ich sag mal wirst du wohl weiche von mir so jetzt haben wir den erstmal gekillt so und zwar ist hier nämlich der nächste Dungeon Dave und zwar ein Skelett Dungeon wie ich vermutet hatte oh Gott wo bist du denn jetzt ähm direkt über da wo die Kohle ist da wo du zum Schluss die Kohle mitgenommen hast und ähm da drüben da drüber da drüben ja drüben wollte ich natürlich sagen dann muss ich mal gucken da ich jetzt da schnell hinkomme ja ich lass dir auch die ganzen Steine hier Gold pack ich in die Kiste mit rein einen Eimer den brauch ich jetzt nicht den pack ich dir auch da rein goldene Pferderüstung nehm ich mit Redstone lass ich dir hier also wie jetzt da wo du warst wo die Kohle ist Dave da wo die Kohle war der linke Gang da ist nichts aber wenn du dann nach rechts gehst wo die Kohle ist weißt du da hab ich doch die Wackel gesetzt und dann siehst du schon Cobblestone der nach oben führt wie so ne Säule da hab ich abgefarmt hä und da bin ich nach oben gegangen hä bin ich grad hier ganz blöd an dem Spawner vorbei an dem Sprint Spawner oder wie genau und dann die linke Seite runter richtig da wo das Wasser runter kommt und dann da aber auf der anderen Seite Wasser dürfte da theoretisch nicht sein weil ich hab ja alles Wasser weggenommen ne hier geht ein Gang geradezu wo Wasser runter geht warte warte sehe ich dich hier irgendwo oh er bin jetzt hier nicht bin Spawner vorbei warte mal hier haben wir uns hochgesteckt ne bewegt dich mal kurz wie sind irgendwie hin und her ja ich müsste irgendwo unten sein da bist du doch da bist du doch hier links runter hallo ach da bist du genau links runter da wo die Kohle ist so ja weil da war ja Wasser ja jetzt komm ich hier nicht raus so wo bist du jetzt links runter dem Zombie hinterher folge dem Zombie der hat grad an dir ran gehangen warte hier Hallo. Ach, da bist du. Genau, links runter. Mann. Oh, hier ist aber auch Gold wieder. Ja, aber hier, ich hab dir das erstmal in die Kiste da reingepackt, Dave, und die sind auch kleine Moossteine. Schau mal. Ah, sehr gut. Ich hab dir da mal alles reingepackt. Ich hab mir das Buch rausgenommen und die Pferderüstungen. Hier ist noch Andesit, das packe ich dir da noch rein. Ich mach hier Pfeile und auch Schienen mach ich mir da rein. Ja, super. Perfekt. So, und ich glaub, ich werd mir auch gleich mal den ja, Gott, äh, was Gott, den Rucksack mal schnappen. Hier ist noch ein Diorit, den kannst du da mitnehmen. Cobblestone pack ich da mal mit rein. So, und ich werd jetzt mal den, ach, ich stell mich einfach auf den Spawner. So. So, dann mach ich Rucksack. Aber ich muss sagen, dieser Skelett-Spawner ist nicht so anstrengend wie dieser, äh, Spinn-Spawner. Ja, das ist richtig. So. Dann nimm ich den ganzen vermusten Stein noch mit. Ja, mach das mal. So, dann würde ich mich der Drachen freuen. Dann hab ich wieder schön verzauberte Bücher, die ich ihm abkaufen kann. Boah, hier sind Skeletten, ja, ey. Mit Goldrüstung und verzauberten Bogen. Ja, sowas bietet sich natürlich dann an, dass du dann sagst, so, weißt du, ja, wir machen da so eine richtig schöne Falle draus bauen, weil dann hast du natürlich die XP-Punkte und hast bestenfalls sogar noch die verzauberten Sachen, nicht? Also, das ist natürlich so eine Sache, das ist toll. Der sieht aus, als hätte er so ein Regen-Cape an. Ja, hier die Schienen jetzt halten, ne? So, praktisch. In der Wand hab ich auch noch mal Kohle gefunden. Nein, nimmst du mit. Ja. So, Gunpowder. Ich werd aber, glaub ich, mal langsamer wieder Blöcke machen, weil mein Inventar ist ja so verstopft. Weil ich nehm mir ja wirklich alles mit und das Skelett folgt mir die ganze Zeit. Ja, also, wenn du noch Diorit und Andesit willst, sind jetzt hier in der Kiste drin, ja? Nee, weil die brauch ich jetzt nicht so unbedingt, weil die krieg ich nicht voll als Deck. Okay. Okay. Weil die sortier ich auch meistens immer wieder aus, wenn ich dann, bevor ich zum Adventshop gehe und mach den Slot lieber voll mit irgendwelchen sinnvollen Sachen noch. Aber das find ich lustig. Ich hab jetzt diesen bemussten Stein weggemacht und hab jetzt gleich wieder hier Eisen am Boden. Also manchmal lohnt es auch wirklich, nochmal den Boden wegzumachen. Ja, das stimmt. So, dann leuchte ich mal weiter aus in der Zeit, da, wo du da rumfolgst. Wir hatten aber Eingang unten vergessen, wo wir waren. Ja, den holen wir. Wir gehen die komplette Mine ab, der ist kein Problem. Also, ich hab hier absolute Orientierung. Äh, meinst du, wir finden da wieder hin? Ja. Weil ich leuchte alles aus, weißt du? Wenn ich das alles ausleuchte, dann sehe ich ja, wo ich war. Und die sind ja immer gleich aufgebaut. Du musstest du mir vorstellen, so eine Mine sieht immer so ein bisschen wie ein Stern aus. Wenn du von oben drauf guckst, weißt du? Ja. Und daran kannst du dich dann orientieren. Wo bist du jetzt eigentlich schlank? Rechts runter. Ich seh' dich. Ach, da bist du runter. Genau. Und das ist jetzt ausgeleuchtet, da ist nichts mehr. Okay, also andere Seite. Genau, jetzt leuchten wir hier wieder aus, nehmen die Schienen mit. Aber dass du die Schienen wirklich mitnimmst, ist immer erstaunlich. Also ich nehm's jetzt einfach mal mit, wie gesagt. Ich brauch die jetzt nicht zwingend, ja. Also das ist jetzt so eine Sache, da... Hier sind noch Schienen, aber ich seh'n Inventar voll. Nee, die nehm' ich mit. Nur ich mach' hier nen Weg, weil da unten geht's ja... Guck doch mal, die hängt doch nur so über ne Schlucht. Ja. So, ne, dass ich die nicht runterkriege. Nee, ich meine, da hinten sind welche, die du nicht aufgesammelt hast. Ja, die nehmen wir auch noch mit. So. Ah, das war eine Falle. Hehe. So. Ja, ich werd' jetzt kurz mal wieder Blöcke machen. Hahaha, wen haben wir denn da? Der Otto-Kar. Kennst du den? Hahaha, wen haben wir da? Den Otto-Kar. Nö, kenn' ich nicht. Ah, ein Skelett. Also. Hahaha. So, und schon haben wir hier den nächsten Trakt gefunden. Ich muss erst mal mein Inventar ein bisschen freier machen. Ja, mach das. Und lass mich reisen, da oben ist das nächste Dungeon. Achso, vier Stecken hab' ich schon mal jetzt mit, äh... Mit Eisen. Okay. Also, es lohnt sich wirklich. Ja, also da wirst du ordentlich auch im Admin-Shop... ...definitiv ein bisschen da was bekommen. Geh' ich stark von aus. Und wie gesagt, ich zeig' dir das heute aber auf jeden Fall auch noch mal mit dem Auktionshaus. Können wir dann... Na, wenn wir's heute noch schaffen. Ja, na, ich denke schon. Ich hab' ja gesagt, dass wir hier zur Eröffnung durchaus mal vier Folgen machen können. Das ist ja kein Problem. So, das ist ne Ravine. Da ist Mr. Creeper. Creeper! Hallo! So, und fast nen ganzen Stecken voll mit, äh... Gold. Wow. So, du bist wahrscheinlich jetzt hier weiter geradeaus. Ja, aber hier ist nix. Also, da komm ich auch wieder zurück. Also, hier spawnen zwar so ein paar Zombies. Hm, weil ich hab' jetzt vermutet, naja, hier wird bestimmt jetzt irgendwo der nächste Dungeon sein. Allerdings, ich hab' den jetzt hier nicht offensichtlich gefunden. Deswegen komm' ich jetzt wieder zurück. Ach, von da kommt. Genau, da ist aber... Sind da noch irgendwelche Ärzte, die... Äh, guck' einfach mal nach. Also, ich hab' jetzt grad keine gesehen. Da kommt er her. Von da oben, oder was? Na gut, überzeugt. Da guck' ich auch nochmal in die Richtung nach. Da sich... Gucken kostet ja nix. Das stimmt, jetzt liegt aber nur Wasser. Ach, und Schnodderbacke Paule ist hier. Na? Ah, ne? Wolltest du mich erschrecken hier, du? Da schieb' dir doch. Wart'n Zeilscheitel. Zack, und weg ist er. Und da ist schon der nächste. Da sag' mal, wo kommt ihr denn? Was ist denn da los? Das ist freie Badeanstalt hier, Dave. Freie Badeanstalt? Ja, die machen hier aber wirklich hier... Die springen hier alle runter. Die sind ja irre. Na, selbstmordgefährdet. Ja, die gehen hier eher planchen, du. So sieht das aus. So, das mach' ich mal glatt mal hier mal licht an. Mal sehen, wo die herkommen da oben. Wo bist du denn jetzt eigentlich hin? Äh, genau entgegengesetzt. Ach so, geradezu, oder? Genau, also da, wo dunkel ist. Ich hab' ja da die Höhle. So, die sind hier runtergeplumpst. Und da oben, es scheint wirklich ja die Post abzugehen, weil das ist auch ein Skelet. Dann gehen wir mal nach oben. Nee, du bist jetzt, glaub' ich, ganz woanders. Nein, ich bin genau entgegengesetzt von dem, wo ich grad rausgekommen bin. Da wurde jetzt gerade schießt, nach oben. Da steh' ich. Und ich mach' jetzt mal den Wasserlauf hier zu. Da, wo jetzt gleich das Wasser wegsickert. Ja, ich hab' das Problem, ich bin hier grad bei dem Skelett-Borner. Ja, genau, da bin ich auch. Und wo genau? Oben. Eine Etage höher. Ach so, wie komm' ich jetzt hier nach oben? An dem Wasserlauf, der jetzt verschwindet. Ja, toll. Warte, ich bin gleich wieder da. Also, ich seh' hier schon die Skelette und... Ich schätze mal, du bist unter mir, ne? Hier ist ganz viel Eisen. Ja, das kann ich ja jetzt nicht abfahren, wenn ich da nicht hinkomme. Ja, Moment. So. Okay, ich kann hier mal nicht ausleuchten, da ist nix. So, und was ist hier? Eine Höhlenspinne und ansonsten nix. Okay. So, dann geh' ich jetzt erst mal den Weg zurück, weil ich glaub', es ist die gleiche Höhle. So, da ist die Halle, hier ist der Block mit dem Wasser. So, ähm, beweg' dich mal. Ja, ich bin immer noch beim Skelett-Borner. Alles klar. Also bist du den Weg nach unten gegangen. Moment, hier ist die Lava. Skelett-Spawner. Ja, der war doch hier hinter der, genau, der war doch hier hinter dem Dings gewesen. Ach, dann ist der hier, da unten war das, ne? Da bist du ja. Ja, ich sehe dich. So. Hast du da was gefunden, oder? Er stimmt jetzt ein bisschen dunkel, ich hätte immer mal. Hier unten ist auch noch was, glaub' ich. Okay. Da nicht. Da nicht, also oben. Ah, hier sind wir ja angekommen, da waren wir. Genau. Also würde ich vorschlagen, gehen wir mal nach oben, weil da ist die Haupthöhle. Und da haben wir auch noch einen Gang, wo wir noch nicht waren. Geht wir hin. Aber jetzt kannst du erst mal eine Haupthöhle, oder? Wir müssen jetzt haben. Da wollen wir nicht noch den Eingang unten nehmen wir mal. Nein, 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 dann nehmen wir den. Dann komm mal mit. Ja. Dann nehmen wir den. Ist noch dunkel. So. Ich hoffe nur, ich finde ihn jetzt noch. Okay. Die müssen wir, glaub' ich, lang. Ist die Skelette hier, ey, geil. Oh, hier ist noch Kohle. Mitnehmen! Natürlich nehme ich mich mit. Mitnehmen! Ja, toll, jetzt hab' ich mich hier, glaub' ich, durchgegraben zum nächsten Gang. Kann das sein? Nee, hier ist eine Fackel, hier war's schon. Ja. Wo Fackeln auf dem Boden sind, da wüsste immer, da war der Bottergiftrafter. Aber hier ist Gold noch. Da, sofort mitnehmen. Ja, stimmt, das war das Gold, weil ich da vorhin eigentlich mitnehmen wollte, aber da wolltest du erst mal, da ich zum Spawner komme. Ja. Genau. Ja. So, jetzt hier lang. Ja. Was ist denn hier eigentlich, warst du hier schon? Und hier geht's auch noch mal lang, hier geht's auch noch mal dunkel, Marco. Hier, äh, da und da. Na, da werden wir mal gucken. Also hier ist auch noch mal dunkle Gänge. Auf jeden Fall waren wir hier noch nicht. Oh, oh, hier sind Creeper, ich geh' ja weg. Hier sind noch ein paar Schienen, die nehm' ich für dich mit. Ja, wo ist der Creeper? Ähm, wenn du da über den Kies gehst, in dem großen Raum hier. So, aber häng' ich hier irgendwo? Ja, hier oben häng' ich hier. Okay. Ach, das ist wieder die... Ey, jetzt ist er hier, Marco. Zurück in die, äh, in den Gang. Er folgt mir jetzt die ganze Zeit. Ja, ich hab's gehört. Kein Problem. Hier warst du aber auch schon. Ja, dann geht's jetzt noch mal in die andere Richtung, wa? Ja, ja, gut, aber ist ja nur die Treppe, die ist. Und dann jetzt da, wo du das Wasser zugemacht hast. Ja, das war, ja, hier gewesen. Wie gesagt, da tropft es. Boah, Rubi ist da immer noch irgendwo Wasser. Ja, das läuft jetzt auf der anderen Seite runter. Ich hab's gelassen, weil dann können wir uns ja notfalls dann nach oben, ja, wie so ein Fahrstuhl halt, ne? Ah, hier lang, Marco. Komm mal durchs Wasser. Ja. Hier lang? Ja, das hab ich ja schon gemacht. War's jetzt hier unten? Nee. Nee, Quatsch, warte. Ich muss jetzt erstmal mich orientieren. Ja. Ich glaub, hier war das gewesen, wo wir noch nicht waren. Ja, hier. Wo ist denn jetzt schwer? Hier, hinterher. Ja, hier waren wir noch nicht. Hier unten. Ah ja, ich seh schon. Ach, da steht Mr. Creeper. Na, Creeper, kannst du schwimmen? Komm. Legt hier die Schwimmflügel an, Creeper. Und hier links ist ja auch nochmal ein Gang. Du alter Zottelkopf. Flickst in die Lava und explodierst. Na, ist doch herrlich. So, machen wir mal gleich mal eine Fackel setzen. Zack. Und das Wasser da oben, das können wir ja eigentlich wegnehmen, oder? Ja. Wo kommt denn das überhaupt her? Und da kommt dann noch mehr Wasser her. Das ist ja Wahnsinn. so alter mann youtube meister das ganze geht da oben auch noch mal hoch zu einer mine so jetzt mal eine fackel hin hier ist eine normale höhle ist kohle aber eingang war ja dann noch glaube ich gewesen ja mach das mal und ich mach mir hier mal schnell mal ein paar fackeln hast du kohle oder brauchst du ja abkohle wunderbar dann machen wir mal wieder ein paar fackeln hier dass wir da mal unseren weg befackeln können bevor du da umgehört den eingang hier unten machen ja also hier oben haben wir auf jeden fall das ist der parallelgang war wieso habe ich hier eigentlich nur hose immer hier sind auch noch 30 stück und laber ohne höhenspinne die direkt in so einem loch nicht versteckt hat okay trotzdem obwohl wir hier schon ja hier waren wir schon aber ich mache ja trotzdem fackel hin so nehme ich dir mal das gold hier mit für den gold junge das gold ich glaube den gang brauchst du nicht lang gehen weil hier ist keine also erst hier zu ende und ich nehme mir da mal die schienen mit ja perfekt und hier oben wie gesagt ist nur der parallelgang wenn ich jetzt so richtig sehe da machen wir hier mal zu die quelle ich weiß ja gar nicht wo du gerade bist ich bin genau da wo du auch bist nur ein etage also wie immer ja also den parallelgang war sie bin ich letzt lang gegangen ja sollte mich nicht gerade da hoch graben wo wo dann die lava ist so nämlich da wo der brunnen war weißt wo du gesagt hast da ist wasser da müssen wir hin das ist ja so der zentrale punkt und da bin ich jetzt so ne deuchtiger aus so wunderbar so ich bin jetzt eine etage höher jetzt frage wo du bist da wo die der wasserbrunnen ist da wo wir uns wo du gesagt hast guck mal da ist noch wasser da die sind auch noch schienen die nämlich mal für dich ja immer mit und ich werde hier gerade geschossen von denen wieso ist mich denn hier einer so dann mache ich uns hier meinen weh schlank also ich habe jetzt hier sehr viel lava und nur lava lava und wasser jetzt bin ich mit in die lava lava ist ungesund ja ich würde ja mal wissen wo du bist bist du bist jetzt auch in der mine oder in der cave schon bine dann müsstest du jetzt wenn du erste mal findest du die immer mitnehmen weil ja ja natürlich nicht natürlich steff so aber eigentlich müsstest du mich finden weil ich ist ausgefackelt ja ich bin jetzt auch gerade wo wo nicht ausgefackelt ist ja ich sehe dich oder bist du nicht du müsstest gleich mit dem parallelgang seine ja sag sie deinen namen du bist parallelgang aber die gleiche höhe hast du jetzt bin ich glaube ich höher als du oder ich sehe dein name warte ich wurde mich durch dann siehst du mich bleibt da stehen was gelät die sterben ja ich höre schon die schlachten ist da gerade im skelett rum ich will es eigentlich hier runter schmeißen so wo stehst du wo stehst du bei dem gold da steht er ist doch eine gute sache war wo stehst du denn beim gold ja 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 hallo da bin ich ach da so hat gesagt parallelgang ach hier ist das was ich gesehen habe da hinten mein hochgesteckt ist genau hier waren wir ja schon hier sind wir wie gesagt zurückgegangen das war ja die höhle wo wir gestartet haben genau so genau das ja gesagt dass hier noch dunkel ist da ist laber hier ist kohle die nimmt da sich mit sehr gut so läuft hier oder also wir haben ja wirklich ordentlich abgefahren ja also ich glaube die mine ist ganz gut genutet ja würde ich auch sagen also wenn die jetzt jemand findet aber dass wir auch wirklich gleich auf eine mine treffen ist ja wirklich ja da haben wir doch richtig glück gehabt da könnten wir doch jetzt den zuschauern so richtig was bieten und ich sehe wir über 10 jährige grad schon wieder das ist ja wahnsinn wir sind also wirklich also die alle folgen mit dave bis jetzt über 25 minuten wahnsinn wir kommen jetzt immer an die 30 minuten marke sogar über 30 minuten an habt da schön was zu gucken hier schön spannend in der mire hier rumeiern und haben wir wieder jede menge abenteuer erlebt in dave gerippt sich auch schon wieder irgendwo durch da seht ihr ihn ja ich bin runtergefallen er ist runtergefallen weil ich das eisen in der deck eisen im boden fahren wollte und ich habe nicht gesehen dass da unten nichts mehr ist Achtung jetzt kriegst du gleich eisen auf den gop zack und da auch nochmal kannst du ja gleich aufsammeln seht ihr ihn leute da steht er guck mal nach oben soll ich dir mal behilflich sein dass du hier hochkommst ich komm schon ich hab ja ansonsten hätte ich jetzt gesagt hätte ich dir erstmal so ganz cool ein einmal wasser da runter gekippt und dann hättest du dich nicht hochstecken brauchen da ist er dann der schau mal der ist schon ganz braun geworden durch den kohlestaub hier in der mire ich habe auch noch was für dich du hast andere was für mich komm dann tauschen wir mal erst schnell komm mal hier hochbeispiel ja da bin ich ah gut dann ja ne ich wollte was anderes ach so guck ein oh oh da lüppelt da die chimie raus na du wieso krieg ich die nicht naja jetzt hat hab ich dich schon wieder aufgenommen ja so hab sie glaube ich hier sind noch mehr ach hast du noch oh da hast du noch ja sind ein paar so und ich hab auch ein bisschen was mir für dich hier gucke mal gold mitgenommen sehr gut eisen mitgenommen und kohle mitgenommen nimmt man doch gerne an hier ist noch feuerstein falls du sowas auch mitnehmen willst ne nicht wirklich dann hätte ich ein eisenschwert zu bieten die kannst du schmelzen was ja eisenschwert weißt du noch gar nicht ne da kriegst du so ne ähm so ne popel kriegst du dann raus oder nuggets ja aber dafür kriegt man äh kann man die auch nicht verkaufen im admin shop ne die musst du sammeln und dann kannst du sie zu nem eisenbarren ne oder so komplett machen kein interesse ok du nimmst dann gleich die ganze barren nimmst du dann ja gut leute damit ist auch diese aufnahme season vorbei wir sehen uns wieder in der nächsten folge natürlich auch wieder mit dem dave ich denke wir bleiben hier noch ein bisschen in der mine das heißt die lustigen abenteuer mit dave in der mine und ja freut euch drauf und bis morgen ciao ciao ciao